Hey Leute, wir haben heute Morgen aus Groningen abgelegt und fahren jetzt südlich den Kanal runter. Wir wissen noch gar nicht, wo wir heute Abend so landen. Wir wollen auf jeden Fall Richtung Eiselmeer. Wir passieren mega viele Brücken und jetzt müssen wir gerade auf dem Brückenbad warten, bis der uns die Brücke öffnet. Der hat nämlich Mittagspause. Guten Morgen. Hallo. Wir warten gerade vor einer kleinen Schleuse auf die Schleusung. Da passt nur so ein Boot circa rein und der macht das einfach per Hand, der Schleusenmeister. Ja, da warten wir jetzt auf euch. Bis zum nächsten Mal. 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 So Leute, wir haben die letzte Etappe geschafft, bevor wir morgen nach Amsterdam weiterfahren. Wir haben einen kostenlosen Liegeplatz direkt am Eisenberg gefunden. Es war ein bisschen wellig hier, aber wir genießen hier den Abend. Hier ist einfach direkt am Wasser ein Basketballkorb und ein Fußballplatz und Anna hat hier einen Tisch zum Zeichnen. Yes Leute, wir haben abgelegt und sind jetzt auf dem direkten Weg nach Amsterdam. Man sieht Amsterdam schon ganz in der Ferne. Und wir werden wahrscheinlich so in einer Stunde oder so da sein. Wir sind in Amsterdam angekommen. Wir haben hier an Bäumen festgemacht. Die Klappräder stehen schon bereit. Ab geht's in New City! Auf geht's! 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 Gerade war jemand vom Local Government da, der hat gesagt, dass wir hier heute nicht mehr liegen dürfen und deshalb verlassen wir heute Amsterdam. Aber es ist sowieso nicht so schlimm, weil wir eh heute weiterfahren wollten Richtung Gouda. Es ist 21.30 Uhr, wir haben jetzt festgemacht in Bozkop. Morgen müssen wir noch eine ganz kleine Etappe fahren und dann gehe ich auch schon in Gouda. Wir haben abgelegt aus Gouda, wir haben noch einen schönen Gouda gekauft. Jetzt geht es auch schon weiter nach Rotterdam. Mal schauen, wie wir da ankommen, vielleicht heute, vielleicht morgen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir freuen uns immer wieder, dass wir hier die Reise mit euch teilen können. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Also stay tuned! shall we visit women's ... Vielen Dank.